Servatikap! Herzlich Willkommen, wie es hier in Thailand heißt. Ich befinde mich in Pattaya. Pattaya liegt etwa eineinhalb Fahrstunden östlich von Bangkok und besticht doch sehr, sehr schöne Sandstrände. Vor allem auch abends gibt es viele Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants, Ausflugsmöglichkeiten. Tagsüber kann man hier entspannte Badetage erleben. Kommen auch Sie mal hierher und genießen Sie einen schönen Urlaub hier in Pattaya. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020